Ja, ich breche das jetzt mal ganz kurz ab, denn der ganze Beitrag geht eine Stunde und 14. Dafür haben wir leider keine Kapazität und ich glaube, dass auch nicht jetzt geholfen ist, wenn wir da mittendrin reinspringen. Ihr Lieben, wenn wir solche Sachen machen, also erstmal allgemein finde ich, wir sind ja eine Live-Veranstaltung und wenn wir dann YouTube-Filme uns hier gegenseitig vorführen, das können wir eigentlich auch zu Hause machen. Manchmal kann das vielleicht sinnvoll sein, um eine Rede zu unterstützen oder mal einen Beitrag zu machen, aber jetzt hier in der Länge und in diesem Ausmaß können wir das glaube ich nicht machen und da ist es vielleicht doch besser, kurz zusammenzufassen, worum es eigentlich jetzt ging. Da hätte ich mich jetzt kurz gefreut, denn die Pressekonferenz von Putin und Trump, die kann man sich ja jetzt auch so angucken, auf YouTube oder auf Facebook, das wäre dann ja besser, wenn wir jemanden haben, der dazu einen Kommentar hat. Und, ja, genau, ich erkläre nochmal, was wir hier machen, gewaltfrei, jugendfreundlich, untergeboten Ton, sechs Minuten ohne Anmeldung, bitteschön, Mikrofon ist offen. Und wenn auch jemand weiß, was heute bei der Pressekonferenz zwischen Putin und Trump rausgekommen ist, dann würde ich mich freuen, ich hätte nämlich keine Zeit, mich damit zu beschäftigen heute. Also, wer weiß Bescheid.